Das ist die Frage, die immer wieder an uns gestellt wird. Ja, woher ist der das oder wie sieht man hier im Gelände, wie sieht man den Korn, wie belegt man das, dass wir es hier mit einem großen Meteoriten-Einschlag zu tun haben. Ich will da hier noch nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern nur kurz einen Überblick geben. Es gibt international anerkannte Kriterien der Wissenschaften nach dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik, so muss man das immer nennen, es kann sein, dass in zehn Jahren die Wissenschaft manches anders sieht, aber zum gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ist zu sagen, Kriterien sind morphologische, also Geländeformen für einen Meteoritenimpakt, klar geologische Eigenheiten, geophysikalische Messungen, ergebnis geophysikalischer Messungen, dann natürlich im Laboranalyse unter dem Mikroskop, unter dem Elektronenmikroskop, mineralogisch-pettographische Untersuchungen, und geochemische Untersuchungen, das sind also die Kriterien, mit denen man an so eine Geschichte heranzugehen hat. Und hier bedroht hervorgehoben, schon wenn nur eines der folgenden Kriterien erfüllt ist, ist ein Impact nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ein Impact nachgewiesen, und das vor allen Dingen an erster Stelle zu nennen, eine Schockmetamorphose, eine schockte Minerale, ich gehe gleich da etwas näher drauf ein, ja, da steht es ja auch an mehreren Stellen, das ist nur im Praktis nachweisbar, trotzdem gehe ich noch etwas näher drauf ein. Reste des Meteoriten, wir nähern uns immer mehr dem Punkt, wo wir sagen können, wir haben Reste von den Meteoriten, wir finden Reste von den Meteoriten und können das auch belegen. Und natürlich, wenn man das Ding hat, selbst herunterfeilt, sehen, dass in gewisser Weise oder möglicherweise eben in diesen schon genannten Mythos über den Pfeilton eingegangen ist. Dann weitere Kriterien, die nicht einen Impact direkt belegen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hindeuten, das sind einmal Kraterstrukturen, also Krater mit einem Ringwall, dann spezielle geophysikalische Anomalie, nicht wenn da so ein Ding reinhaut mit enormen Drücken und Temperaturen, dann ändern sich die physikalischen Eigenschaften im Untergrund, das kann man dann geophysikalische Messungen erfassen und entsprechend deuten. Dann gibt es Schockeffekte, ich komme gleich drauf, mäßige Schockeffekte, die nicht ganz zwingend fein Impact sind, weil sie auch unter Umständen tektonisch, also bei der Gebirgsbildung kommt, entstehen können, dann bestimmte geologische Kennzeichen, mineralische Kennzeichen, Gläser, Gläser heißt, wir haben extrem hohe Temperaturen gehabt, Breckzien, das sind besondere Trümmergesteine, dann ganz besondere Merkmale, dass also Diamanten bei den Einschlag mit den hohen Drücken entstehen, Nanodiamanten, Mikrodiamanten und der Kinderimpakt erfüllt alle diese Kriterien. Die zwingend notwendigen und die Kriterien, die mit großer Wahrscheinlichkeit dafür sprechen. Dennoch, wir haben diese Gegner des King-Go-Impaktes und die reden nie über diese Schockeffekte, die ja zwingend beweiskräftig sind für den Impact. Es wird von den Gegnern des King-Go-Impaktes verschweigen, sie verschweigen, dass wir in den Gesteinen des Katersträufels diese Effekte so haben. Genau diese Effekte haben wir natürlich bei unserem Einschlag hier im King-Go genau gehabt. Wir haben den Einschlag mit den extremen Drückentemperaturen gehabt, ich will mich hier nicht allzu lange dabei aufhalten, wir haben in früheren Vorträgen ja auch schon das sehr ausführlich besprochen. Noch einmal hier, hier ist unser Auftreffpunkt, hier läuft unsere Schockwelle nach unten in den Untergrund. Am Anfang haben wir also diese eine Million Atmosphäre und die 10.000 Grad, da verdampft das Gestein im Untergrund, dann läuft die Schockwelle weiter in den Untergrund. Natürlich nimmt die Energie ab, dann nehmen die Temperaturen und Drücke ab. Anschließend haben wir eine Zone Schmelzen, anschließend wird die Energie der Schockwelle noch geringer, da zerbricht das Gestein nur noch und hinterlässt seine Spuren aber noch in Form von Schockeffekten im Gestein in Mineralen, die man heute noch nachweisen kann als Schockwein im Gauimpact. Die anderen Dokumente des Einschlages finden wir auch überall, wir finden Dokumente der Verdampfung, das Untergrund Gestein verdampft, übrigens auch der Meteorit, in den Meteoriten läuft genauso eine Schockwelle hinein, der Meteorit verdampft, deswegen wenn wir im Tüttensee bohren würden, wir würden da nichts mehr finden, weil der verdampft ist, der Meteorit. Aber wir finden noch von der Verdampfung, finden wir natürlich noch Spuren, denn der Dampf, der entweicht das große Explosionswolke nach oben, der Dampf kondensiert und regnet ab in Form von Gläsern und die finden wir heute als Zerulen, als kleine Kügelchen, Glas, Metall, Kohlekügelchen, wir sehen hier so ein Beispiel aus der Ausgrabung in Stöttham, das ist die Dokumentation des Verdampfens, wir haben die Dokumentation des Schmelzens in Form von Gesteinen, geschmolzenen Gesteinen, jede Menge geschmolzenen Gestein, ein typisches Beispiel ist der Bimsstein vom Tüttensee, vom Kiensee, die sogenannten Schwimmsteine, mit denen früher die Kinder gespielt haben, das sind typische Impaktschmelzgesteine, auf keinen Fall bitte verwechseln mit Archäologen, verwechseln diese Impaktschmelze mit der Eisenschlacke der Maxhütte, das ist natürlich etwas völlig anderes und darf überhaupt nicht miteinander verwechselt werden. Das Zerbrechen der Gesteine sehen wir eigentlich überall im Umfeld der Krater und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt, nämlich zum Schock in Mineralen und Gesteinen. Wir finden diesen Schock, dieses Dokument, der Schockwede, die Mineralen, finden wir in unserem Streufeld im Norden bei Eichröttingen, Kraternull, 4. Wir finden es in reichlicher Menge am Tüttensee, im Gestein vom Tüttensee-Ringwald, bei unseren Ausgrabungen und wir finden Schockeffekte in Mineralen. Es gibt weitere Schockeffekte, wenn die Drücke dann noch höher werden, dann passiert in einem Quarzbord, dass unsere Glaslamellen bei höheren Drücken wachsen, diese sogenannte Isotropisierung, und diese Glasbildung wächst zu schwarzen Flecken, aus den schwarzen Linien, werden dann schwarze Flecken, die dann wie ein Glas ausschauen und wenn die Drücke noch höher sind, noch viel höher als 100 Kilowatt, noch viel höher als 100.000 Atmosphären, dann kann ein ganzes Quarzkorn zu Glas werden und das nennen wir ein diaplektisches Glas, das wohl quasi als Feldspart bilden kann, mit dem Gesteinsdünnschliff unter dem Polarisationsmikroskop können wir das sehen und wir haben den Nachweis von noch viel höheren Drücken wesentlich höher als 100 Kilowatt. Das heißt mit zudem Geschockdrücken, Glaslamellen, Glasflecken und schließlich ein vollständig diaplektisches Glas, zu dem der Quarz geworden ist. Ja, wir brauchen große Erfahrungen im Umgang mit Schockeffekten und hier muss man sagen, dass im Gegensatz zu vielen Leuten, die sich über Schock äußern und meinen dazu einen Kommentar abgeben zu müssen oder keinen Kommentar abgeben zu können, das ZIRP hat diese Erfahrung in der Untersuchung von Schockeffekten. Wie sehen die tatsächlich dann im Bildschirm auch? Das sind Mikroskopbilder, wir sehen hier, Sie sehen hier die schwarzen Linien, hier ein System, hier ein zweites System, das sind die Kristallflächen, die sich dann schneiden im Quarz und wie Sie sehen hier am Maßstab, 200 Mikrometer, fünftel Millimeter ist das hier. Das sind also ganz feine Lamellen, hier auch im Krater 004 haben wir auch Glas in unserer Probe, dann hier aus einer Probe vom Tüttensee Ringwall, fünf Systeme von Plaga Deformation Features im Quarz und hier zum Vergleich, Sie sehen eben, wir kennen das von anderen Meteoritenkratern auf der Erde, Moment, äh, Nördlinger Ries, Charlois ist ein großer alter Krater in Kanada, Poppy Guy ist ein jüngerer Krater, 100 Kilometer Durchmesser in Russland, wie Sie sehen überall immer diese Planaren, diese Lamellen, hier, Roche-Schwar, äh, Frankreich, 200 Millionen Jahre alter Krater, dann andere Schockeffekte, hier wieder vom Tüttensee, Schock im Felsspat, andere Schockeffekte, auch andere Minerale, Glimmer können auf Schock reagieren, Calcit, Kalkspat kann auf Schock reagieren, auch da entstehen solche Lamellen, die eben charakteristisch sind für Schock. So, und da kommen wir jetzt nochmal zu unserer Frage, warum verschreiben die Gegner des Kiengau-Impaktes unsere Schockeffekte? Nun, das ist ganz einfach, Sie können es lesen, Schockeffekte beweisen nach den internationalen und erforschunggültigen Kriterien einen meteoritischen Einschlag. Sie beweisen es, nach dem Gegenstand, gegenwärtigen Stand der Wissenschaft, beweisen Sie, dass hier im Kiengau dieser Impakt stattgefunden hat, dieser meteoritische Einschlag stattgefunden hat. Schockeffekte dieser Art sind aus anderen geologischen Prozessen nicht bekannt, weil die Notwendigkeit Drücke fehlen, vor allen Dingen aber auch die Deformationsgeschwindigkeit. Drücke haben wir auch, ja, wenn die Alpen schieben und sich Gebirge aufwürgen, dann entstehen auch Drücke, zwar nicht so hohe Drücke, aber das geht ganz langsam. Wichtig für Schockeffekte ist eben diese Deformationsgeschwindigkeit, nicht 20.000 Meter pro Sekunde, ja. Das ist das Entscheidende für den Schockeffekt. Und deswegen, weil das so ist, weil wir hier diesen Nachweis für den Impakt haben, ist mittlerweile seit quasi zwei Jahren oder so, zwei, drei Jahren, der Tüntensee mit seinen Kratern der Umgebung, ist in der internationalen Datenbank, hier vor dem Tsunami-Labor in Russland, wird neben dem Nordmiseries, dem Steinhard-Beckel, als dritter deutscher Meteoritenkrater mit der Klassifizierung vier, vier als Tugende, bewiesen, geführt. So, wir haben eben gerade an dritter Stelle den Tüntensee stehen, bleiben wir gleich am Tüntensee. Und ich will das noch ein bisschen erläutern, was in den Vorreden ja schon angesprochen wurde, die Datierung vom Landesamt mit dem Artikel, der da heute, die Artikel, die da heute erschienen sind. Tüntensee, einmal noch wieder kurz eingehen auf die nicht tot zufriedene Todheishypothese für den Tüntensee und dann die Datierung des Landesamtes für Umwelt. Fangen wir an mit nochmal dem Toteis. Die alte Ansicht seit Generationen war ja die, und ist bei manchen Gehörungen bis heute noch die Ansicht, dass der Tüntensee ein Relikt aus der Eiszeit ist und beim Flugzeug der Gletscher durch die Eisschwels entstanden ist. So, dazu gibt es ganz moderne Ansichten. Zum Beispiel, Sie lesen hier, erschienen eine Arbeit, ein Buch in Berlin 2007 von dem Eiszeitforscher Martin. Und dieser Eiszeitforscher Martin geht mit Geologen und Geografen hart ins Gericht, wenn es um diese Toteislöcher geht. Ja, er nennt das, die Toteislöcher sind eine Spekulation seit Generationen. Ohne Beweis für eine Glatialtätigkeit, also ohne Beweise dafür, dass die Eiszeit diese Löcher je gemacht hat. Spekulation ohne Beweise. Und das ist bis auf den heutigen Tag nicht anders. Der Tüntensee und die angebliche Eiszeitbildung ist eine reine Spekulation. Es gibt keine Beweise dafür, weder durch Bohrungen noch durch Schütteln. Es gibt keine Bohrungen im Tüntensee. Man müsste ja heute das Eis schleifen. Aber kurzum, das ist genau der Grund, wir haben keine Beweise, das ist eine Spekulation, dass der Tüntensee erkennt als Loch ist. Es gibt keinen Befund, keine Untersuchung, gar nicht. Jetzt müssen wir jetzt Doktorarbeit stehen. Und dann gibt es eine Doktorarbeit, die ich schon etwas lehrt, aus dem Jahr 1978, Gara Reis. Der hat sich nebenbei einmal mit der Eiszeitregion hier in China vorgestellt. Und nebenbei auch, mehrere Linien an der Fußnot, auch Stellung genommen, sogenannten Sie Ringwahl. Und in dieser Doktorarbeit lesen wir Aufbau und Form der Terrasse. Er nennt den Ringwahl eine Terrasse, das da sozusagen ein geografischer Begriff, den er da einführt. Er sagt, Aufbau und Form der Terrasse sprechen gegen eine Entstehung durch glaziale oder fluvio-glaziale Prozesse. Glaziale Prozesse, Eiszeitprozesse, also Gletscherprozesse, fluviale, fluvio-glaziale Prozesse sind Eiszeit-, also Gletscher-, Schmelzprozesse. Ja, fluvio für Fluss, ja. Ja, nochmal, Aufbau und Form sprechen Gena gegen eine Entstehung durch glaziale Prozesse. Dann, weiteres Zitat, gegen eine Morena, also gegen eine Eiszeitablagerung, sprich das Übstrate des Ringwahls und der Böschungswinkel von Stellen, weil es über 60 Grad verbietet die glaziale Genese. In dieser Doktorarbeit steht, dieser Ringwahl verbietet eine glaziale Genese. Das ist sehr im Kontrast zu den lokalen Geologen und seinen Geologen aus der ganzen Welt. Herr Gareis hat im Rahmen seiner Doktorarbeit wissenschaftliche Befunde, die sagen, dass der Tüttelsee, der Ringwahl mit der Eiszeitbildung nicht erkennt. Muss kurios, muss kurios, muss kurios, dass genau diese, ja, auch die Arbeit von Gareis zitieren, in ihrem Sinne sozusagen, Herr Gareis spricht sich für, äh, die Todas Genese aus, offenbar haben, und unsere Geologen hier diese Arbeit aber nie gelesen, da hätten Sie das auch eigentlich lesen müssen. Ich wiederhole es nochmal, verbietet die glaziale Genese. Und zum nächsten Punkt, die Datierung des LFU, das hat ja so, ja, ziemlich viel Wirbel, äh, äh, erlebt. Ich wurde morgen schon beim Frühstück von der Deutschen Presseagentur angerufen, Herr Ernstsohn, also, was ist da los, was ist denn jetzt? Da finden Sie kein Meteoritenkrater mehr, das LFU, also beim Frühstück wurde ich da schon angerufen und sehen, die Presse hat, äh, namhafte und, äh, ja, namhafte, äh, zumindest nicht vom Namen her. Äh, 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 es wurde im Spiegel, Welt, Berliner Morgenpost, äh, überall wurde berichtet über dieses neue Genese. Was war das Sachte halt? Geologen vom Landesamt für Umwelt, äh, in Hof, also die geologische Abteilung am Landesamt, die zieht einen Bohrkern am Tüttensee, an den Proben, sie ziehen Torchproben, Sedimentproben, machen sie eine Radiokarbon-Datierung, eine C14, datieren, und sie datieren, das wurde ja vorhin schon mal kurz angesprochen, sie datieren die älteste Probe, ganz unten aus der Rohrung, in ein späteis, 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 in ein späteis Alter. Ja. Sofort kam dann die Pressemitteilung des LFU, dass wir, äh, die Medien sofort regiert haben, äh, und in dieser Pressemitteilung des LFU heißt es, äh, das Alter der Proben vom Kesselboot beweist, dass ein Impakt stattgefunden haben kann, der späte Einschlag müsste die Probe zerstört haben. So weit, so gut, äh, dazu kann man zunächst mal nichts sagen, nur, Kesselbooten, mit dieser Formulierung, muss man sagen, ich erkläre das da noch genauer, hat das LFU wirklich die sehr bemühenste wissenschaftliche, äh, Argumentation belastet. Wir haben da eine Gegenstellung, äh, äh, veranlasst und, äh, auch noch andere, ähm, äh, äh, Dinge in der, äh, äh, Pressemitteilung vom LFU, äh, gar in unserer Gegendarstellung, das ist irreführend und polemisch, äh, 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 verurteilt. Was steckt dahinter? Äh, äh, hier sehen wir nochmal das Bild vom Türkensee mit dem Ringwald. Ja, so. Ich frage Sie, Kesselbooten, nach allgemeinem Sprachverständnis ist, wenn wir hier den Kessel haben, muss doch der Kesselbooten irgendwo hier sein. Die Beustein. Ich glaube, das ist die Beustein. Kesselbooten, ein Kesselbooten ist da ganz unten, nicht im tiefsten Kesselbooten. Tatsächlich hat das Landesamt, das LFU, aber gar nicht, noch nicht mal im Wasser gebohrt, sondern am Ufer, am festen, äh, auf festem Land am Ufer gebohrt. Der eine Punkt, also die Irreführung durch das LFU, sie haben überhaupt nicht am Kesselbooten, wie behauptet in der Pressemitteilung, sondern am Lande, äh, gebohrt. Sie haben genau dort gebohrt, wo wir vom ZIRK, nicht, auch der Suchhaus, der Professor Frickmann von der Universität Augsburg haben da gebohrt. Äh, die haben genau da schon, äh, gebohrt. Und wir kannten schon die geologische Schichtung, äh, an diesem, ja, äh, was vorhin schon genannt wurde, von, äh, von unserer Vereinsvorsitzenden, von der Fronhäuser. Nicht, die Bohrung, äh, hat den Steuerzahler Geld, äh, gebracht, äh, sie hat nichts Neues gebracht, das wussten wir schon alles. Und man muss dem Landesamt den Vorwurf machen, hätten sie vorher zu uns Kontakte, hoffen, noch hätten gesagt, hört mal Leute, wir wollen da bohren, ja. Wisst ihr da schon was? Habt ihr da vielleicht Biophysik gemacht? Können da gemeinsam vielleicht irgendwie ran? Nein, wir holen also wirklich von der Pressemitteilung wirklich, äh, überraschen. So ein Punkt ist noch zu klären, nicht, also das ist erstmal klar, nicht, das ist eine absolute Irreführung des Lesers, äh, wenn man hier vom Kesselboden spricht. Äh, äh, die Frage bleibt aber noch, wir sind ja innerhalb noch vom Ringwald, nicht, der weiße, äh, der Kranz hier, der bezeichnet ja die Krone von dem Ringwald, ziemlich kreisförmig ist, aber die Krone rundherum, äh, umwandert. Ähm, warum sagen die Bohrungen am Rande des Ringwalds nicht zum Zeitpunkt des Impaktes auf? Das, äh, sehen wir hier. Wir wissen aus der, äh, äh, Gravemiti von den Schweremessungen, das kann man ganz genau untersuchen, wo wir die größten Dichtänderungen haben, in der Schwere Darstellung, das wir ja schon früher publiziert haben, da haben wir auch schon vor zwei, drei Jahren drüber gesprochen. Und wir können aus der Schweremesse, aus der Schwerkraftmesse und genau den Kraterrand bestimmen. Das habe ich hier mal übertragen, in den Tüttensee, das ist der Kraterrand, ja, der Kraterrand. Ja, und was sehen wir, was eigentlich nie vorher so klar geworden ist? Unser Meteoritenkrater ist nicht gleich der Tüttensee. Der Tüttensee ist größer, ist deutlich größer als der Krater. Der Kraterrand verläuft im Tüttensee. Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Und wenn wir jetzt zusätzlich noch weitere Geophysik dazu nehmen, und pikanterweise eine seismische Untersuchung, die vom Landesamt, vom LFO, initiiert worden ist, und wo wir die Daten in letzter Weise vom Dr. Dauert von Universität Jena, die diese Untersuchung gemacht hat, bekommen haben, da sehen wir genau dieselbe Situation, also ein ganz anderes Messverfahren. Wir sehen hier Schichten, geologische Schichten, Sedimente, nachweiszeitliche Sedimente, die hier plötzlich abbrechen. Das ist hier der Kraterrand. Da ist beim Impaxe die Schichten abgebrochen. Nicht nochmal, Sie geben mir recht, hier ist der Kesselboden. Aber hier draußen hat das langsam geworden. So, hier ist nochmal der Kraterrand eingetragen. Weiß nach der Karmimetrie, rot nach der Seißen. Das stimmt, Karmimetrie und Seißen passen da sehr gut zusammen. Kraterrand, Kesselboden vom Krater hier, LFO hier gebohrt. Und was ist letztendlich da passiert? Das müssen wir uns jetzt ganz kurz mal den Film ablaufen lassen. Was ist da passiert? Unser Projektil schlägt ein, macht ein großes Loch. Auch die Massen werden heraustransportiert aus dem werdenden Tüttensee-Krat. Es bildet sich ein Ringwald. Aber, nun müssen wir bedenken, zu der Zeit war der Untergrund, war ein ganz lockeres, weiches Gestein, Wasser gesättigt, was da rausgeworfen wird zu einem Ringwald. Und das hat keine Stabilität gehabt. Anschließend bewegt sich ein großer Teil der Massen zurück in den Krater. Und heute sieht das etwa so aus. Nicht maßstabsgetreu. Wir sehen hier Rudimente. Der Ringwald war erst größer. Dann ist das Material hier reingerutscht. Nicht heute unten im Tüttensee-Amboden vom Tüttensee. Und jetzt sehen wir hier, dass das LFO hier in der ganz normalen, ungestörten Schicht gebohrt hat, wo der Impakt praktisch überhaupt nicht gewirkt hat. Das ist hier so eine Zeitskala. Hier unten haben wir die eiszeitlichen Sedimente. Hier hat das Landesamt dann 10.000, 6.000, 2.000, 500 Jahre datiert. Das ist ganz normal. An der Stelle ist genau das zu erwarten. Und die ganze Aufregung war eigentlich für die Hapschaffung. Und hat das natürlich nicht so sehr erfreut, wie sie sich anschließt. Hier noch ganz kurz ein Ergebnis der Seisweg. Das ist auch insofern ganz interessant, als ich hier oben mal ein Ergebnis der Seisweg von einem anderen bayerischen See habe. So sieht normalerweise die Sedimentschichtung in einem See, oberbayerischen See aus. Ganz schön ruhige Sedimentation, Schicht auf Schicht. Und wenn wir dann in den Tüttensee gehen und uns dort die Seisweg angucken, dann haben wir dieses Bild nicht. Der Tüttensee ist der einzige See in Bayern, wo wir nicht dieses Bild haben, sondern wenn wir da in den Untergrund in der Seisweg schauen, dann liegen da Kraut und Rübe. Das kann man in der Physik sehen. Wir haben keine Reflektionshorizonte, sondern wir haben immer so einzelne Reflektionssignale. Der Geophysiker nennt das Beugungseffekte, er erklärt das mit Beugungseffekten. Das sind sogenannte Diffraktionshyperbel an Einzelobjekten. Das heißt, wir sehen auch, in der Seisweg sehen wir, dass der Tüttensee nicht das ist, was wir sonst im Oberbayerischen sehen. Wir erkennen Doppelkrater, von dem wir jetzt tun wissen, dass der Realität ist, mit der Cheminger Wasserwacht und deren modernen Sonargerät, Echolot-Sonargerät, ein Krater nachgewiesen, ein Doppelkrater mit Ringwahl, wunderschön, mitten im Kiemsi, nicht mehr so an den östen Rand herangerückt und die Größe ist ungefähr 800 Meter mal 400 Meter. Wir haben Doppelkrater 800 Meter lang, 400 Meter in der Breite. Nun, es hat sich umgesprochen, dieses ungewöhnliche Ergebnis, denn ein Krater darf eigentlich am Boden des Kiemsis, darf eigentlich nicht sein, nach seiner geologischen Entwicklung, darf ein solcher Krater... So, jetzt haben wir 200 Kilometer seismische Profile. So, und wenn wir jetzt hier so ein Gitter rüberlegen, mit 200 Kilometer seismischen, richtig seismisch, ich dachte immer, solche Gitter, damit so bestimmte Strukturen, die genau parallel zu den Linien verlaufen, auch mit den senklichen Profilen erfasst werden. Und wenn wir 200 Kilometer verteilen, dann sehen wir, das können Sie ganz schnell mitrechnen, dann kriegen wir 10 Profile hier, 20 Profile hier, ganz grob, ein oder zwei Profile kommt nicht drauf an. So, und das verteilt auf 9 Kilometer, das heißt, unser Rasker hier, unser Gitterabstand liegt zwischen 800 und 900 Meter. Nicht mehr. Auch 200 Kilometer klingt so toll. Och, das ist ja eine Riesenlänge. Aber wenn wir das gleichmäßig mit den Kinsey verteilen, ist die Gitterweite gerade 809 Meter. Und wenn unser Krater mit 800 und 900 Meter genauso in einem Gitter liegt, dann sieht das keine seismische. Auch wenn es nicht genau drin liegt, und hier irgendwo liegt der Krater, ja, da geht gerade mal ein Profil drüber. Aber ein Profil seismisch sieht vielleicht eine Delle, aber das ist dann eine Rinde und kein Krater. So viel zur Mathematik vom Landesamt für Umwelt. Wir haben das etwas sorgfältiger gemacht. Nein, das will ich nicht sagen, nicht sorgfältiger gemacht. Die Zielsetzung vom Landesamt war ja eine ganz andere. Aber wir haben uns konzentriert auf diese Struktur, wir haben sie hier vermutet, nach ersten Übersichtsvermessungen, und dann sind wir wie so eine Spinne, haben wir von seismischen Profilen drüber gelegt, also eine ganze Menge Profile. Und da ist dann natürlich wunderschön dieser Krater herausgekommen. Ah, das ist wieder da. Jetzt können Sie es nochmal genießen. Die 80 Karatkilometer in Chiemsee, die Chieminger Wasserwacht, hier in unserer Schöne. So, wir bleiben noch in der Nähe vom Chiemsee, gehen ein bisschen nach Norden, so 15 Kilometer nach Norden, und kommen zu einem weiteren Befund, den wir uns, den wir Aufmerksamkeit in den letzten Jahren geschenkt haben, auch mit sehr schönen Ergebnissen. spannenden Ergebnissen geht um die wohlgekackten Donnerlöcher, mit einer Konzentration hier bei Chiemberg, örtlich vom Chiemersack hier eine Konzentration. Diese Donnerlöcher erziehen sich dann hier aber auch noch in gewissen Schwerpunkten nach Traumreuth rüber. Was sind die Donnerlöcher? Ja, Donnerlöcher sind Einbrüche im Untergrund ganz plötzlich über Nacht, meistens über Nacht, aber das ist auch nur eine Vermutung, weil sonst niemand vielleicht das tagsüber da gelesen ist, um das genau zu beobachten. Jedenfalls häufig, man kommt irgendwann am Morgen hin und mitten hier auf einer Baustelle, das ist eine Straßenbaustelle, ist plötzlich ein Loch da. Dieses Phänomen ist bisher immer ein Rätsel, ein großes, großes Rätsel gewesen. Die Einwohner im Bereich Chiemberg sagen, so sein Menschengedenken, kann man schätzen, dass vielleicht um die tausend Donnerlöcher eingebrochen sind. In den letzten 20 Jahren haben Ortsheimatpfleger und interessierte Leute auch dokumentiert, das sind also die Donnerlöcher nur im Bereich Chiemberg der letzten 20 Jahre. Wir haben sie schnell in den nächsten Jahren geholfen. Es ist bis auf den heutigen Tag ein Rätsel gewesen, wie die entstehen. Dieses Rätsel haben wir gelüftet, das schon mal vorweg, Sie lesen es ja. Auch selbst für Geologen, sämtliche Geologen, die sich natürlich auch am Kopf gekratzt haben und gefragt haben, ja, was passiert da eigentlich, ist das immer ein unerklärliches Phänomen gewesen. Und da Sie keine andere Erklärung, eigentlich überhaupt keine Erklärung hatten, meinen Sie, das ist wohl irgendetwas, was mit der Eiszeit zu tun hat. Das scheint eine gewisse Methode zu haben, wenn man nicht mehr weiterkommt, ist die Eiszeit gewesen. Wir haben uns diesem Phänomen nicht nur mit Spekulation genähert, sondern, wie es in der Wissenschaft üblich ist, mit Experimenten, detaillierten Analysen untersuchen wollen. Und das hat so ausgesehen, wir haben zwei in jüngster Zeit eingebrochene, die Donnerlöcher bei Hirsham, bei Kienberg, haben wir mit aller Kunst, die die Geologie und die Geophysik zur Verfügung steht, haben wir untersucht. Wir haben nicht spekuliert, sondern wir sind da untergegangen. Wir haben die Donnerlöcher, die einbrochenden Donnerlöcher, haben wir aufgegraben. Sie sehen, ziemlich viel Aufwand, große Löcher, und da unten haben wir unsere Geologie gemacht, uns das genau angeschaut. Dann haben wir noch ein drittes Donnerlöcher, was noch kein Donnerlöcher ist, aber mit Sicherheit geliebt, als Werbe wird. Auf der Wiese hier, beim Weiler Mörren, beobachtet man seit etwa zwei, drei Jahren, wie sich der Boden mittlerweile bis zu 30, 40 Zentimeter abgesenkt hat. Und man kann prophezeien, vielleicht nächste Woche, vielleicht aber erst in fünf Jahren, haben wir hier ein Loch, ein Donnerloch, was eingebrochen ist. Aber eh das passiert, haben wir gesagt, das untersuchen wir mal, jedes Wochenende, mit der Geophysik. Wir schauen also mit geophysikalischen Messungen im Untergrund, und schauen hier, das sind die Ergebnisse der Geophysik, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aus einem ganz bestimmten Grund, und will ich da nicht weiter drauf eingehen. Hier nochmal oben ein Blick in so ein aufgegrabenes Donnerloch, eines von diesen großen Gruben. Wir sehen da unten Hohlräume, da sind Hohlräume im Untergrund, und irgendwann ist auch klar, irgendwann brechen diese Hohlräume ein, und das faustet ist nach oben. Und Dun ist ein ganz interessanter Punkt, der uns eigentlich auf die Spur gebracht hat. Und das ist die Spur, dass die Donnerlöcher nicht nur in Kimgau, bei Kimberg, sondern Donnerlöcher gibt es auch in Amerika. In den USA, wir haben hier, Sie vergleichen mal die Bilder, das sieht verdammt ähnlich aus, ein Donnerloch in Missouri, und das war wirklich der Anstoß für die Rätselösung hier bei uns, im Kimgau. Und zwar, nun hat sich herausgestellt, dass die Kienberger Donnerlöcher ein ganz wesentlicher, weiterer Beleg für unseren Impakt sind. Ja, und da ist natürlich schon ein bisschen vermutet, aber jetzt haben wir den Beleg, wir haben unten nachgeschaut, wir wissen, wie es unten vor uns schaut. Es hat es mit dem Kimga-Impakt zu tun. Keine Spekulationen, also da sind keine Meteorite eingeschaut. Ja, mit Meteoriteinschlägen, mit den Einschlägen hat es gar nichts zu tun. Mehr möchte ich hier nicht verantworten. Wir kommen zum nächsten Punkt, kehren wieder an den Chiemsee zurück, vom Norden- und Chiemberg, und kommen zu den Furchensteinen vom Chiemsee. Das ist ja eine Geschichte, Hirnsteine heißen sie auch, wir sehen schon warum. Das ist eine besondere Skulptur von Grön, die wir am Chiemsee-Ufer oder zum Teil auch am Chiemsee finden. Ich kenne Leute in München, die auf ihrem Kamin Simms Furchensteine liegen haben, wo sie schon, die Leute schon vor 30 Jahren aus dem Chiemsee diese Steine herausgeholt haben und gesagt haben, das sieht ja eigenartig aus. Und die Skulptur ist ja auch eigenartig. Furchen, Hirnsteine heißen sie. Also diese besondere Oberflächenskulptur ist der entscheidende Punkt. Material, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Früher hat man immer geglaubt, das wären nur Kalksteine davon betroffen, was sehr wichtig für die Deutung ist, wie wir gleich sehen werden. Aber mittlerweile haben wir auch von aufmerksamen Beobachtern, die uns Material zutragen. Ich muss da ausdrücklich den Herrn Eberle aus Sigsdorf erwähnt, der wunderbare Exemplare beigebracht hat, mit vielen neuen Befund, vielen neuen Phänomenen. Sie finden also die Furchen, die Hirnsteine auch unter den Sandsteinen. Was sind die besonderen Merkmale? Ich sage ausdrücklich der echten Furchensteine. Es gibt auch sogenannte Furchensteine und Verwechslungen. Die echten Furchensteine bilden häufig Kegel, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sehen, die Furchen haben eine Geometrie, eine Orientierung, ganz gezielt auf die Kegelmantelfläche, im Fallen der Kegelmantelfläche. Häufig treten Pyramiden auf. Ebenfalls die Furchen sind orientiert zur Form des Kegels, zur Form der Pyramide. Zum Teil haben wir messerscharfe Grate. Ja, auch hier wieder eine Einregelung, ganz dicht an dicht die Furchen. Die Grate zwischen den Furchen, zum Teil messerscharf. Häufig zeigen die Furchensteine eine Rotfernung, insbesondere die Sandsteinfurchensteine, was man durch Hitzeeinwirkungen erklären kann. Und dann, besonders auffällig, immer wieder sehr viele Furchensteine sind auf der Oberfläche zerkritzt, zeigen, kritzungen, dass wenn da jemand so mit der Stahlbürste mal so rübergegangen ist. Das sind also die echten Furchensteine, die sie definieren, wie wir sie beschreiben. Und diese Furchensteine werden unglücklicherweise doch häufig in einen Topf geworfen, mit Formen, die so ähnlich aussahen. Aber sie sehen was anderes. Sie sehen hier ein Bild, das ist aufgenommen worden von Dr. Uwe, der ist Theologe hier aus der Region. Und er nennt das einen Vorhaben. Und wir weisen aufdrücklich darauf hin. Entfernt ähnlich, auch hier dieses Exemplar, das ist eine älteren Studie, von Wohnsie, sieht ähnlich aus. Aber es sieht eben nur ähnlich aus. Und in der Wissenschaft muss man genau hinsehen. Und das haben wir gemacht. Zunächst mal die Erklärungsmüden. Man hat ein besonderes Phänomen und der Biologische, der Naturwissenschaftler, sagt, da müssen wir eine Erklärung finden. Und bisherige Erklärungen liegen dort, was durchgeht bei der Früchenbildung als Folge von Fraß von Organismen. Da wird alles möglich bisher bemüht worden. Insekten haben da gefressen und Bakterien haben da gefressen, Zyranobakterien, Alten haben gefressen, Gallat-Alten gefressen, Muscheln haben daran sich versucht. Und dann ein, dieser Loriot hat vorgeschlagen, dass die Steinlaus da mitgebracht hat. Wir sind ja etwas skeptisch. Wir sind doch überdreht. Wir wissen, wir wissen, im Düsseldorfer Zoo gibt es ein Gehege. Das ist, das wissen wir, es gibt ein Gehege im Düsseldorfer Zoo für die Steinlaus, aber Düsseldorf und die Tiese, das ist schon sehr, wir wollen das nicht weiter beachten, diesen Beitrag von, von Herrn Loriot und uns nochmal hierauf konzentrieren. Also Fraßstruktur. Und nun, denken Sie mal mit, und das wird Ihnen sofort einleuchten. Wenn wir hier an diese genau ausgeregelten Furchen denken und das auf Organismen zurückführen, dann müssen diese Organismen, ich habe es hier nochmal explizit hier geschrieben, eine hohe Intelligenz gehabt haben, ja, da müssen die unter anderem sehr gut kooperiert und kohlen sich haben. Und da wir unsere Furchenhirnsteine, ja, vor allen Dingen am Ufer vom Chiemsee und im Wasser des Chiemsees finden, haben wir uns Gedanken gemacht und nachdem wir jetzt wissen, dass im Chiemsee selbst ein großer Krater ist, wo etwas eingeschlagen sein muss, haben wir folgende Modellvorstellung. Hier kommt unser Projekt hier mit enorm hoher Geschwindigkeit, 10.000 Meter pro Sekunde, 70.000 Meter pro Sekunde, schlägt ins Wasser ein, durch das Wasser durch, unten in den Boden des Chiemsees ein. Wir wissen, 10.000, 20.000 Grad Temperatur, eine Verdampfung erfolgt und dann, was wir hier nachlesen können, viele, viele tausend gerade hitzende Gase aus Wasserdampf, Kohlen, Dioxide, wurden unter, mit extremer Geschwindigkeit, unter hohem Druck, werden in den Untergrund hineingepustet, infiziert, so richtig, so ein Jet, der dann in den Untergrund hineingeht. Das passiert so, das weiß man heute in der Impact-Forschung, genau das muss da passiert sein. Und nun müsst ihr uns vorstellen, da unten liegen jetzt also zunächst mal unsere schönen, runden, glatten Gerölle und nun kommt da dieser Jet mit 10.000 Grad, der schmilzt natürlich die Oberfläche ab, durch Erhitzen, die Furchen werden ausgeschmolzen, durch die hohen Temperaturen kriegen wir die Rotwärmung und durch den Impuls des Einschlagenbrichts werden natürlich unsere derart weit rätierten Gerölle ausgeworfen und sie fliehen durch die Luft und landen irgendwo am Chiemseeufer im Sand unter hohem Druck, hoher Geschwindigkeit und da kriegen sie dann ihre Kreuzung vom Sand, ja, durch eine relativ Bewegung, wenn man das Gerölle im Sand nannte, bekommt es da, wenn der weiche Kalkstein bekommt seine Kreuzung. Im Gegensatz, nochmal zum Organismen-Fraß, können wir alle Beobachtungen mit diesem Modell erlehren. Aber damit sind wir noch nicht am Ende. Furchensteine gibt es auch ganz woanders. Furchensteine haben wir auch bei Meteoriten. Ach ja, Furchensteine haben wir auch bei Meteoriten und da sehen sie zum Teil identisch aus. Bei Meteoriten sprechen wir nicht von Furchenstein, da reden wir von Reckmark-Glübenten, aber im Grunde genommen ist es auch eine Oberflächenskultur und wenn wir uns Meteorite anschauen und das mal vergleichen, hier sehen wir den Furchenstein vom Chiemsee, hier sehen wir den Meteorit Warschau, den hat der Dr. Rappen wird in Bukarest im Museum fotografiert, weil er so schön mit unseren Chiemsee-Furchensteinen korrespondiert. Sie sehen aus Nordrhein-Afrika Meteorite, Sie sehen dieselbe Skulptur, dieselbe Form der Pyramiden. Im Detail Furchenstein, Chiemsee, Meteoriten, Sie sehen die scharfen Grate, das sind absolut dieselben Formen, die wir in den Furchensteinen vom Chiemsee und in den Furchensteinen in den Meteoriten sehen. Die Daumeneindrücke sehen wir hier im Sandstein vom Chiemsee, hier Daumeneindrücke, achso, Moment, ich bin einst zu weit gegangen, hier sind wir noch, wir sehen hier die Daumeneindrücke in Meteoriten, Hendol, Australien, Eisenmeteoriten, in Mexiko, Meteoriten, das sind dieselben Formen und jetzt überlegen wir uns, wie denn die Meteoriten vor den Steinen entstehen, das weiß man nicht sehr genau, wie eine Pekarot, stehen ebenfalls durch eine Relativbewegung, ein sich schnell bewegendes Objekt im Kontakt mit einem Gas, hochächsend Gas, die Reibungssitzel beim Eintritt des Meteoriten in die Atmosphäre, schmilzt das Äußere vom Meteoriten durch die Relativbewegung bei extremer Geschwindigkeit werden die Feuchten heraus geblasen und die Feindler abgekühlt mit den Reibungssitzel zur Erde. Also wirklich eine Analogie für die Steine am Chiemsee, für die Steine bei den Meteoriten und da unsere Veranstaltung hier heißt international, dann auch eine Analogie international, die für die Steine gibt es nicht nur bei den Meteoriten, sondern auch in anderen Meteoriten-Kratern. Wir haben hier Beispiele von Furchensteinen, die identisch sind wie die Furchensteine am Chiemsee aus dem großen Meteoriten-Kratern in Spangen, wo wir aus der Therida haben. Wir haben dieselben Furchensteine, diese Furchensteine haben nie Muscheln gesehen, haben nie Algen gesehen, haben nie Bakterien gesehen und trotzdem haben wir all die schönen, nahezu identischen Formen im Furchen in der Schwarzer Fleck. Die Möglichkeit ist es, ein kohliges Lass. So, das ist so spannend für uns Mitarbeiter geworden, dass wir darüber einen Artikel geschrieben haben, den wir hier unter der Überschrift im Internet verpflichtet haben, Short-Term Qualification New Impact Related Process. Übersetzt, Kurzzeit in Kohlung ist das ein neuer Importprozess, der ist, da fragen wir zunächst einmal, was ist Inkohle, für die, denen der Begriff nicht geläufig ist, Inkohle ist das Werken von Kohle, also Kohle, die dann brennt. Nicht, das wissen wir, das beginnt mit Holz, dann Torf, in einem Moor, daraus wird dann Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit, Was wichtig ist in diesem Prozess der Inkohle, ist Druck, zunehmender Druck, zunehmende Temperatur und vor allen Dingen lange geologische Zeiträume. Die Ruhrgebiets Steinkohle, die hat ihre Wurzeln 300 Millionen Jahre zurück in Kavon, die mitteldeutsche Braunkohle ist 30 Millionen Jahre alt, also lange geologische Zeiträume zu hohen Temperatur, die machen dann aus dem Torf irgendwann den Anthrazit mit dem hohen Brennwert und wenn man dann sogar noch einen Schritt weiter geht und den Druck und die Temperatur noch viel stärker erhöht, dann verwandelt sich die Kohle in Kohlenstoff Minerale, in die Minerale Grafit und bei noch höheren Drücken zu Diamant. Diamant ist nichts, was heißt Kohlenstoff, Grafit ist nichts anderes als Kohlenstoff. Das war der Anstoß, jetzt mal über unsere kohligen Partikel nachzudenken, die auch nicht mehr brennen, also möglicherweise auch einen ganz hohen Grad der Innenkohlung erlebt haben und woher haben wir hier oben und im Kindock die hohen Drücke, die hohen Temperaturen in unserem Inbakt. Das ist eine Modellvorstellung, über die wir identifiziert haben, zur Zeit des Impakts, haben wir auch hier Vegetation, wir haben große Mooren gehabt, wir haben Holz gehabt, Torf, und dann haben wir unseren Dritte Einschlag mit hohen Temperaturen, viel höher als die Geologie reinstellen kann, hohe Temperaturen, hohe Drücke, es wird Holzkohle draus, es wird dann unsere glasige Kohle draus und wenn wir noch höher gehen in unseren Drücken, dann haben wir unsere Grafikkohle, die ich das Wort geschrieben geschrieben habe und schließlich haben wir unsere Nanologie angekriebe und wie Sie sehen, da ist schon eine Analogie der Kohlenstoff wird immer höher, Ausgangspunkt ist Vegetation bei der Inkohlung, der normalen geologischen Inkohlung, bei der Inkohlung durch unseren Impakt und der Unterschied, dass wir hier einen viel höheren Druck haben als in der Geologie viel extremere Temperaturen und statt der geologischen Zeiträume haben wir den Impact, wo die Inkohlung durch Schock in Sekunden und Minuten abläuft. Wir haben das natürlich nicht nur bei der Spekulation gelassen, wir haben es untersucht, Analysen im Elektronen Likosbogen, Röntgen Spektrum gemacht, Rahmans Spektrum gemacht und die untermauern diese Vorstellung, dass wir unsere Kohle Partikel hier als Inkohlung, als Schock-Inkohlung beim Impact herbeziehen dürfen. Hier ganz kurz, ohne ins Detail zu gehen, Sie sehen, wir haben hier sehr detaillierte Versuchungen gemacht, hier ein sogenanntes Rahmanspektrum, mit dem man die Struktur vom Kohlenstoff untersuchen kann, dieses Rahmanspektrum mit den zwei Höckern hier, die sagt, das ist Kohlenstoff, der gestört ist, der ist in seiner Struktur gestört, das ähnliche Rahmanspektrum finden wir zum Beispiel Meteoriten, Kohle, Allende, Meteoriten, wir finden das in der Impact-Struktur von Zappen, in Kanada, bei Experimenten bildet sich dieser gestörte Kohlenstoff, dann finden wir beim Röntgenspektrum finden wir aus dem Kohlenstoff finden wir dann Chlor und Schwefel und wenn wir dann hier unser Grafit-ähnliches Objekt untersuchen mit EDX-Spektren unter dem Elektronenmikroskop, dann sehen wir auch wieder Chlor und Schwefel und Kalium und Natrium und Phosphor auf und wenn wir das hier mal zusammenschreiben, diese Elemente, dann sind das eigentlich die Elemente, die genau wir dann finden, wenn wir Holz oder Vegetation zu Asche verbrennen. Das ist ein starkes Argument für unsere Modellvorstellung, dass unsere Kohle aus der Vegetation durchschockt, unmittelbar durchschockt, entstanden ist und noch spannender wird, wenn wir uns diese Probe anschauen, das ist die Probe mit diesen roten Einschüssen, die haben wir zusammen mit Dr. Hittel von Zeiss unter dem Elektronenmikroskop gehabt und so eine Überraschung, das war natürlich spannend, als ich da plötzlich auf dem Bildschirm des Elektronenmikroskopes diese Dinge sah. Sie sehen im Mikrobereich der Maßstab hier 2 µ, 10 µ, 2 µ, 10 µ, das sind lindsige Teile, aber das sind Fossilien. Das sind Fossilien, das sind Skelette von Fossilien, von Kieseleien, sogenannte Diatomenskelette, die wir hier im Raster Elektronenmikroskop sehen, in unserer Glaskohle, die nicht mehr brennt, sondern die wahnsinnig verfestigt ist und wahrscheinlich irgendwas ganz Schlimmes bezüglich Druck und Temperatur erlebt hat. Auch hier Kohlenstoff, einartigerweise auch sehr viel Sauerstoff, was wir immer wieder feststellen können, wo wir in diesem Fall auch momentan nur spekulieren können, dass das vielleicht argfoleren-Eigenschaften sind, also wo der Kohlenstoff Käfige bildet, wo er den Sauerstoff festhält, aber das ist natürlich etwas, denn wenn wir uns überlegen, wo die Diatomäen leben, die Kieseleien, die leben nämlich in feuchten Gebieten, im Wasser, im Sumpf, im Moor und genau zu unserem Impact haben wir Sumpf und Moor und alles hier gehabt und da sind auch die Diatomäen drin gewesen und wenn wir das jetzt in unserem hochinkohlten Glaskohlstoff finden, dann ist das ein sehr starkes Stück, dass wir tatsächlich hier einen Befund haben, der weltweit bisher, ich sage es ausdrücklich, einmalig ist der Hinweis, dass der Schock direkt aus Vegetation innerhalb von Sekunden hoch inkohlte Kohle produzieren kann, die wir heute aufsammeln. Damit bin ich hier am Ende. Wir haben uns hier mit dem Kohlenstoff beschäftigt. Ich gebe an den Michael Rappenberg, an den Dr. Rappenberg weiter, der beim Kohlenstoff zumindest partiell bleiben will und ihr wisst ja, Kohlenstoff ist ein wichtiges Element im Kosmos und er wird Ihnen jetzt etwas aus höheren Sphären berichtet. Applaus Applaus Vielen Dank.